Das Leben ist nicht gerade leicht. Ich habe mir Feinde gemacht. Mächtige Feinde. Die ich liebe, habe ich in Gefahr gebracht. Aber was mich antreibt, mein ganzes Leben lang, ist die Suche nach der Wahrheit über meine Eltern. Du bist ein gesuchter Mann, Peter Parker. Du glaubst doch nicht, was die Polizei sagt, oder? Mein Dad lässt 500 Polizisten nach dir suchen. 500? Echt ein bisschen exzessiv. Wenn du schon Autos klaust, zieh dich nicht auch noch wie ein Autodieb an. Oh, meine Schwachstelle. Kleine Messer. Wer bist du? Erzählen Sie uns was von sich, Mr. Parker. Was macht Ihr Vater, Peter? Ich kannte meinen Vater kaum. Ich war noch klein, als meine Eltern weggehen. Peter, eines Tages wirst du es verstehen. Haben Sie dem Jungen die Wahrheit über seinen Vater erzählt? Dr. Connors? Ich bin Richard Parkers Sohn. Wenn du die Wahrheit über deine Eltern wissen willst, Peter, komm und hol sie dir. Bereit, Gott zu spielen? Es gab einen Anschlag mit biologischen Waffen auf New York City. Peter, Geheimnisse haben ihren Preis. Ich muss ihn stoppen. Glaubst du, das, was dir passiert ist, Peter, war ein Unfall? Hast du irgendeine Ahnung, was du wirklich bist? Peter! Peter, Geheimnis Peter, Geheimnis Peter, Geheimnis Peter, Geheimnis Peter, Geheimnis Peter, Geheimnis Peter, Geheimnis